Rock Alternative International ACDC Foo Fighters Linkin Park Nickelback Nickelback Slipknot Gewonnen hat die einzige Gruppe, für die ich wirklich kompetent bin, nämlich ACDC. Nach 40 Jahren unterwegs bekommen Sie den Rock Alternative International Echo und ich bin stolz, ihn überreichen zu dürfen, denn wir haben beide gleichzeitig angefangen, ich im Radio und Sie in Australien mit Ihrem ersten Album und nachdem es ein deutscher Preis ist, muss er glänzen. Ich gehe nochmal polieren. Deutschland bound, we're all that gonna see the Deutschland bound. Stimmung ist gut. To see the German people in the crowd and those smiling faces, everybody, oh come on, it's a German heavy metal award. This is heavy metal and it's the H.O. Rock and Roll Alternative. I don't know what's alternative with you, because it's straight Rock and Roll, but I hope you're happy guys. Yes, thank you. Ah, that's wonderful, Michel, I appreciate that. Thank you very much. It's the German audience, it's not me, I'm just the Deliver boy. Thank you. Thanks everyone in Deutschland for this award. Yeah. It's very good, we're very proud. Yes, thank you very much. And now we're Deutschland bound. We're gonna see the... Das war ne Show, Freunde. Da merkt man, die Jungs haben Spaß bei der Arbeit. 40 Jahre unterwegs und kein bisschen müde. We've never been on all the lobby places. Deutschland bound. Gratulation an AC DC und vielen Dank an Thomas Gottschalk in L.A.